Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich wünsche euch natürlich zunächst einmal allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Und ich hoffe, ihr seid einfach alle gut und entspannt ins neue Jahr reingekommen. Heute soll es mal ein Video zum Thema Fotografie-Equipment geben. Der eine oder andere hat ja vielleicht zu Weihnachten eine neue Kamera bekommen, steigt gerade erst ein in das Thema Fotografie. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn man so ein paar Hinweise bekommt, welches Equipment sollte ich mir am Anfang einfach zulegen, was brauche ich wirklich. Deswegen heute mal das Video dazu, Dinge, die ich zunächst als Fotografie-Einsteiger kaufen würde. Viel Spaß! Ihr kennt das ja, wenn ihr schon eine Weile fotografiert, es gibt so viel Fotografie-Equipment, was man sich zulegen kann. Da sieht man natürlich als Einsteiger gar nicht durch, was brauche ich jetzt wirklich, was muss ich haben. Deswegen heute einfach das Video dazu, was ich mir persönlich kaufen würde, was für mich persönlich wichtig war am Anfang und was ich auch aus heutiger Sicht vielleicht am Anfang kaufen würde. Steigen wir einfach ein. Nummer eins ist natürlich die richtige Speicherkarte. Ganz wichtig, ohne eine vernünftige Speicherkarte ist die ganze Sache mit der Fotografie nichts wert. Zum einen kauft ihr euch eine billige Karte, keine vernünftige, ist die Gefahr einfach groß, dass die schnell kaputt geht, eure Daten verloren gehen. Möchte man natürlich nicht haben, deswegen kauft euch eine vernünftige Karte. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Ich packe euch hier auch mal den Link dazu rein, falls ihr das nicht kennt und euch das nochmal anschauen wollt. Einfach aus dem Grund, die sollte schnell genug sein, gerade wenn ihr auch filmen wollt, musst ihr natürlich auch schnell schreiben können, damit diese ganzen Daten gespeichert werden. Das nächste, was natürlich auch wichtig ist, meines Erachtens, gerade wenn ihr jetzt mit einer spiegellosen Kamera arbeitet, wo die Akkus schnell leer gehen, die einen größeren Stromverbrauch haben, da natürlich unbedingt einen Ersatzakku. Auch wenn ihr jetzt viel im Winter fotografiert, ich habe euch das ja in meinem letzten Video schon gezeigt, wenn man im Schnee fotografiert, die Akkus werden relativ schnell entladen, gerade wenn die kalt werden. Deswegen wichtig, ein Ersatzakku, meines Erachtens, eines der wichtigsten Dinge. Ansonsten habt ihr natürlich schnell ein Problem, wenn die Akkus alle sind, dann ist Fotografieren vorbei. Deswegen am besten gleich ein Ersatzakku mit dazu kaufen. Der dritte Punkt auf meiner Liste, eine vernünftige Kameratasche. Das werdet ihr merken, es macht keinen Sinn, die irgendwo in eine Tasche mit reinzustecken. Das Equipment soll natürlich auch geschützt sein. Deswegen eine eigene Tasche für die Kamera macht schon Sinn. Was das ist, das ist eure Entscheidung. Hängt natürlich davon ab, wie viel wollt ihr tragen, wie viel soll in die Kameratasche reinpassen. Wollt ihr ja bloß eine Tasche haben, wo nur die Kamera drin ist, wo ihr schnell Zugriff habt. Das ist natürlich so eine Colt-Tasche ganz interessant. Wer viel mitnehmen möchte, wer verschiedene Objektive kaufen möchte, vielleicht noch Filter und was es da alles gibt. Wer das immer bei sich haben will, macht natürlich einen Kamerarucksack Sinn. Achtet einfach nur darauf, dass das Zeug, was ihr da alles so reinpacken wollt, dass das gut geschützt ist, dass eine gute Polsterung mit drin ist. Und gerade auch, wenn ihr jetzt Rucksäcke habt, dass auch gerade die Polsterungen hier an den Schultern gut sind. Es gibt auch Rucksäcke, da trägt sich das einfach nicht so gut. Wenn viel Gewicht drauf ist, tun euch schnell die Schultern weh. Deswegen achtet einfach ein bisschen drauf, was ihr euch für eine Kameratasche zulegen wollt. Vielleicht am Anfang auch einfach nur eine Colt-Tasche, wenn ihr noch nicht so viel habt. Dann habt ihr schnell Zugriff, wie gesagt. Aber später ist es bei vielen so, dass sie sich dann doch einen Kamerarucksack kaufen, wenn eben gerade mehr Equipment da ist. Aber wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Das müsst ihr einfach sehen, was für euch am sinnvollsten ist. Nicht jeder möchte immer mit einem großen Rucksack rumlaufen. Deswegen einfach schauen, was passt zu euren Wünschen. Wie möchtet ihr mit der Kamera unterwegs sein? Der nächste Punkt auf meiner Liste wäre für mich natürlich noch ein Bildbearbeitungsprogramm. Ihr kennt das. Wer schon meine Videos öfter gesehen hat, ihr wisst, dass ich bearbeite meine Bilder. Deswegen für mich ganz wichtig, war auch schon von Anfang an ein richtiges Bildbearbeitungsprogramm. Was das ist, das ist euch natürlich überlassen. Photoshop müsst ihr am Anfang nicht haben. Da geht es natürlich schon in die größere Bearbeitung rein. Aber grundlegende Sachen zum Bearbeiten. Da gibt es ja verschiedene Versionen. Wer jetzt kein Problem damit hat, so ein Abo zu haben, der ist natürlich Lightroom eine gute Sache. Ansonsten gibt es ja noch viele andere Programme auf dem Markt, die auch wirklich gut sind. Luminat zum Beispiel. Oder als Gratisversion natürlich auch Gimp. Mit dem kann man auch wunderbar Fotos bearbeiten. Was ihr am Ende habt, das ist eure Entscheidung. Im Endeffekt sollt ihr euch damit wohlfühlen, sollt ihr damit gut arbeiten können. Deswegen schaut einfach. Ein Bildbearbeitungsprogramm ist immer sinnvoll. Gerade wenn ihr ein bisschen intensiver in die Fotografie reingehen wollt und eure Bilder noch aufwerten wollt, dann ist es natürlich gut, wenn ihr ein vernünftiges Bildbearbeitungsprogramm habt. Punkt 5 auf meiner Liste wäre dann noch ein lichtstarkes Objektiv. In meinem Fall war das das 50mm 1,8er Objektiv von Canon. Einfach, ich wollte ein Objektiv haben, was günstig ist. Ich wollte also am Anfang noch nicht so viel Geld investieren. So ein 50mm Objektiv ist sehr, sehr günstig. Ihr habt eine schöne Offenblende. Ihr könnt damit also auch tolle Fotos machen, wo ihr ein schönes Bouquet bekommt. Eine tolle Schärfe hat es außerdem. Und zusätzlich einfach der Vorteil, gerade wenn ihr mal in Situationen fotografiert, wo ihr ein lichtstarkes Objektiv braucht, wo ihr also schlechte Lichtverhältnisse habt und vielleicht noch aus der Hand fotografieren wollt, dann ist natürlich so ein 1,8er Objektiv von Vorteil, weil ihr einfach wesentlich mehr Licht in das Objektiv bekommt. Kleiner Nebeneffekt noch. Ihr lernt gleich, wie man mit einer Festbrennweite arbeitet. Das ist natürlich ein Unterschied zu so einem Objektiv, wo ich die Brennweite verändern kann. Ihr müsst euch natürlich entsprechend bewegen. Ihr könnt nicht mehr einfach am Objektiv drehen und eine Brennweite einstellen. Ihr müsst euch natürlich selber nach vorne oder nach hinten bewegen, um den richtigen Bildausschnitt zu wählen. Ihr seht also, so ein 50mm Objektiv ist eine günstige Variant, um sich auch gleich an solche Objektive zu gewöhnen. Und außerdem habt ihr ein kleines, leichtes Objektiv, was man immer mit dabei haben kann, womit man auch tolle Fotos machen kann. Und Punkt Nummer 6 wäre dann das Stativ, wobei ich sagen muss, da gehen so ein bisschen die Meinung auseinander. Hängt natürlich stark davon ab, was ihr fotografieren wollt. Seid ihr eher diejenigen, die sich mehr auf Landschaften konzentrieren wollen? Da ist es natürlich toll, wenn man von Anfang an ein Stativ dabei hat. Einfach, weil man natürlich bei Landschaftsfotografie oft auch viel Zeit hat. Man hat die Chance, die Kamera hinzustellen, macht ein Foto, schaut sich das an und sagt dann, okay, das oder das möchte ich korrigieren. Und die Kameraposition bleibt ja so bestehen und man kann von da aus dann immer weiterarbeiten. Fotografiere ich natürlich immer aus der Hand, mache ich das Bild, schaue dann wieder auf die Kamera und in dem Moment verändere ich ja schon wieder die Kameraposition. Deswegen ist es dann natürlich immer schwieriger, die Anpassung zu machen. Das ist natürlich so ein Stativ von Vorteil, gerade auch, wenn ihr dann schon mit Langzeitbelichtung arbeiten wollt. Was aber da meistens so eine Sache ist, die man noch nicht gleich am Anfang macht. Deswegen müsst ihr einfach selber entscheiden, brauche ich jetzt schon Stativ. Wenn ihr sagt, ihr konzentriert euch lieber darauf, ihr wollt lieber Personen fotografieren, vielleicht Familie, Freunde, dann braucht ihr am Anfang auf gar keinen Fall ein Stativ. Das macht man meistens sowieso aus der Hand. Deswegen schaut einfach, was wollt ihr fotografieren und überlegt euch, brauche ich da jetzt wirklich ein Stativ oder kann ich mir das am Anfang vielleicht sogar erst mal sparen und sage lieber, ich lege mir ein bisschen Geld zur Seite und investiere dann später dafür in ein richtig gutes Stativ, weil es ist ja auch immer eine Frage, wie schwer soll das sein, was soll das für ein Gewicht aushalten, was möchte ich da für eine Kamera draufsetzen. Deswegen schaut einfach, ein Stativ muss am Anfang nicht sein und ansonsten konzentriert euch lieber erst mal auf eure Kamera, was kann die, was kann man damit überhaupt alles machen, schaut ein bisschen, was kann man da alles einstellen und wo finde ich überhaupt was im Menü. Das ist natürlich eine Sache, die man am Anfang gerade erst mal rauskriegen muss, das dauert alles so ein bisschen. Deswegen versucht, so wenig Equipment wie möglich am Anfang zu haben, damit ihr euch nicht selbst überfordert und ihr am Ende im Prinzip alles so ein bisschen benutzen könnt, aber eigentlich noch gar nicht richtig wisst, was ihr mit eurer Kamera machen sollt. Das war es auch schon wieder, ich hoffe, das Video hat euch so eine kleine Hilfe gegeben, was ihr am Anfang überhaupt für Fotografie Equipment braucht. Ansonsten, ihr kennt das, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!